Ja, 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 manchmal hat Danny Durchfall, wenn er ist nur McDonald's, ich verrate euch ein Geheimnis, okay, ich verrate euch jetzt hier offiziell ein Geheimnis, ich hab's reingeschrieben, ich verrate euch ein Geheimnis, ich sag's euch jetzt wie es ist, ich hab mit Antonio nicht gestimmt, es ist, es ist, jetzt ist es raus, es ist raus, es ist raus, es ist raus, ja, ich muss ehrlich mit euch sein, ja, ich muss ehrlich mit euch sein, glaubt ihr keiner? Oh, schade, oh man, bad, das ist auch gar nicht schlimm, weil im Endeffekt ist das auch gut, glaub ich so, wisst ihr, was ich meine? Sie hat was anderes erzählt, hat Antonio, hat Antonio gesagt, dass wir, sie hat Film gezeigt, oh nein, Antonio bitte nicht, ich will das nochmal klarstellen, sie hat bei mir übernachtet, aber ganz ordentlich, ganz ordentlich auf dem Sofa, ja, also, da ist alles, alles safe, ne, in neun Monaten haben wir den Beweis, ich doubt it, Alter, warum seid ihr enttäuscht, Chad? Guck mal, warum seid ihr enttäuscht, warum, warum muss ich denn mit jeder Frau, mit der ich streame, mich gut verstehe, warum muss ich denn mit, warum ist das so ein Goal, wieso ist das so ein Goal, zu sagen, äh, Digga, ich hab's jetzt, ich hab jetzt dies, ich hab jetzt das, warum, Chad? Warum, warum definiert sich das darüber, warum definiert sich das darüber, warum, so, warum, warum muss man das so forcieren, so, wisst ihr, was ich meine? Und deshalb, ich check nicht ganz, warum das immer so einen Druck hat, so, und dieses so, ja, äh, man muss, man muss, sonst ist man ein Loser. Das Problem ist, das Problem ist folgendes, eine Sache, die ich wirklich hab, ist hier irgendwie so Delay drin oder bin ich besoffen? Hallo? Hallo, hallo, hallo? Ist hier Delay? Hallo? Hallo, 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 hallo? Nein? Okay, gut. Eine Sache, die ich gelernt habe, also, ich will jetzt nicht zu sehr in die Details gehen, ja? Eine Sache, die ich am schmerzlichsten am eigenen Leib erfahren habe, ist, niemals innerhalb der Szene, wisst ihr, was ich meine, so, weil das Ding ist, ey, es ist immer, es ist immer irgendwie, es ist immer irgendwie so, einer kriegt's mit, dann gab es bei mir mal blöderweise, äh, ähm, den Moment, wo ich was mit zweien, ja, die halt beide irgendwie auf einer Plattform unterwegs waren und das haben die dann miteinander mitbekommen und dann gab es ganz viel Ärger für mich, Alter, deshalb, ähm, also, das ist so eine Sache, keine Ahnung, Mann, ey, habt irgendwie so, gut aufpassen, jetzt ist es interessant, nee, Digga, ich will, ich, ich will auch gar nicht zu sehr in die Details gehen, das Problem ist, das Problem ist halt, es kann halt immer, es kann halt immer unschöne Folgen haben, so, das kann alles bedeuten, das kann heißen, dass man irgendwie Stress mit Leuten bekommt oder dass man irgendwie so, keine Ahnung, mäßig irgendwie, irgendwie Leute verliert um sich herum, die man eigentlich gerne hat und so, Deshalb, kein Plan, das ist so eine Sache, ich weiß nicht, Alter, also, sag das mal in Scope Ups Er kann ja machen, was er will, Alter, dankeschön, Maxi Also, eine Sache, die ich gefühlt gelernt habe, ist, treib dich nicht in deiner eigenen Szene zu sehr wild rum, kannst dir das Video gerne anschauen, Trimax hat dich da echt gefrontet, hahaha Trimax hat gestern einfach auf Twitch, auf Twitter geschrieben Bro Bro Trimax hat mich gestern, passt mal auf, ich muss ein bisschen, glaube ich, aufräumen, mit ein paar Dingen Trimax hat mich gestern, Trimax hat gestern folgenden Tweet, folgenden Tweet rausgehauen, check mal kurz Chat Das hier, das hat mich, das hat mich richtig getroffen, das kam von Trimax, dieser Tweet hier Nebelnick schreibt so, es ist echt unkomplizierte, äh, eine echt unkomplizierte, chillige Beziehung zu haben, es ist schwerer als Freespins bei Book of Run mit Fünferreihen Cowboy True, kann ich absolut, äh, beweisen, ich sag, glaube sogar unmöglich Ah, ja, jetzt nicht, nicht unmöglich, aber Dann schreibt Trimax, ist echt unmöglich, wenn man jedes Wochenende fünf verschiedene Tinder-Date hat Und ich dachte zuerst, Digga, ich dachte zuerst, Alex ist es gewesen, aber dann, es hat wirklich Trimax geschrieben Trimax hat mich einfach gefrontet, Digga Dann schreibt Repas noch, er meinte zu mir nur jedes Zweite Digga, das war einfach Trimax Trimax wirft mir sowas vor Trimax hab ich so ein bisschen, als ich mich mit Trimax so, äh, er hat mich so ein bisschen unterhalten halt, so, so, dass ich Single bin und so Ich hab selber zu Trimax so gesagt, er meinte, yo, Bro, du bist ja Single, ist doch voll stressig und so Ich so, nee, so, Digga, ich genieße das voll, ist übertrieben nice und so Und dann sind wir auch so ein bisschen auf, auf, ähm, auf so Sachen zu sprechen gekommen, die halt mal passiert sind, so Wie gesagt, ich will jetzt da nicht zu sehr ausholen Sagen wir einfach, ich habe aus Versehen, ohne es zu wissen, mit zwei Personen, die sich sehr nahe standen Influencer im weitesten Sinne und dann gab's eine Menge Stress und das war sehr schade, weil ich beide Personen sehr gerne gehabt habe im Endeffekt Und ich hab halt Trimax so, darüber erzählt, so, ey, ich sag's euch ehrlich, Chat, ich, ich such momentan gar nicht, ne Es, es ist wirklich, klar, man, man hat, man hat so, es gibt, guck mal, das Ding ist, ich mach jetzt mal ganz kurz einen Real Talk, ja Es gibt Phasen, es gibt Phasen, wo ich wirklich, wo ich wirklich teilweise da denke, Alter Boah, jetzt mit Gina, mit Gina nichts gehabt, mit Gina nichts gehabt, Chat Wo ich mir so denke, ey, ich hätte jetzt schon gerne eine feste Beziehung und eine Freundin und so Gerade gestern, nach dieser OP, boah, hab ich mir gewünscht, dass mich jemand umsorgt und so Ich hab aus dem Ohr geblutet, ich hab gekotzt, ich war wirklich, wirklich komplett im Eimer und da wünscht man sich sowas halt schon Auf der anderen Seite, auf der anderen Seite, Digga, dann kam Tobi, Tobi, no joke, Kuss, Digga, Tobi hat mich wirklich abgeholt Auf der anderen Seite, Chat, muss ich ganz ehrlich sagen Warum OP? Ich hab jetzt ein Röhrchen im Ohr, mein Ohr hat geblutet und alles, es ist richtig eskelkig, ich hätte fast taub werden können Richtig schlimm, das war noch vom Tauchen, ist aber nochmal gut gegangen Jedenfalls ist es halt so, dass es erstmal gerade während Corona sehr schwierig ist, jemanden so wirklich kennenzulernen Weil man halt immer dann so Commitment-mäßig was eingeht, weil man trifft ja nicht einfach eine Person von Tinder oder von Instagram So, das macht man ja nicht, so wisst ihr, was ich meine Und dann kommt halt noch dazu, dass ich ganz oft wirklich nicht weiß, das klingt jetzt super, super weird so Da hab ich aber auch schon mit anderen drüber gesprochen Man weiß halt nicht so, was sieht die Person im Gegenüber von einem, wisst ihr, was ich meine? Ganz oft schon gehabt, dass ich einfach nicht weiß, so ist die Person wirklich an mir interessiert Ist die Person hinter mir her, weil sie meinen Status irgendwie fühlt und sowas Ist die Person an Reichweite interessiert, will sie Geld oder weiß ich was Das ist halt das Problem so, das klingt super, super dumm Aber im Endeffekt ist es tatsächlich nicht so einfach, einfach eine Person so normal kennenzulernen Wie das bei einer normalen Person ist, wisst ihr, was ich meine? Das klingt super weird und man unterstellt ja nie was Böses Aber ich hatte zwei, dreimal schon so das Erlebnis halt gehabt, dass, ey, dass einfach so manche Personen, ja, halt ganz offensichtlich nicht an mir interessiert gewesen sind Sondern halt an materiellen Geschichten oder an irgendwelchen Reichweiten-Boost und so weiter und so fort so Nein, jetzt keine, die ihr jemals kennengelernt habt, also nicht Julia, nicht Jodie, obviously nicht, natürlich nicht Alles super liebe Mädchen gewesen Kannst ja noch callen hier drin Ey, Digga, warum sind die jetzt hier in dem Raum? Mann, jetzt geh einfach, Junge Hau ab, Alter Digga, Filo, wirklich, ich schütte dir gerade mein Herz aus, du fickst Lass es Bro Ja, was soll ich sagen? Das ist halt immer so, immer so ein bisschen schwierig, wisst ihr, was ich meine? So, ich sag's, wie es ist, ich sag's, wie es ist, ich glaube, ich bin immer so ein bisschen sehr vorsichtig geworden, was sowas angeht und ich weiß, dass es den anderen auch so geht, weil jeder passt so ein bisschen auf, so keiner weiß, ey, was sucht die Person, so und dann ist es auch oftmals so, imagine, stellt euch jetzt mal vor, stellt euch jetzt mal vor, ich würde jetzt, I don't know, stellt euch jetzt mal vor, ich würde jetzt, keine Ahnung, mit, mit Antonia oder mit Anni oder, oder mit Gnu, so, oder wisst ihr, was ich meine? So, so zusammenkommen und dann trennt man sich irgendwann und nicht im Guten Boah, das wäre ja so unangenehm, wisst ihr, was ich meine? Jody und ich zum Beispiel, wir sind übertrieben cool miteinander, wir sind wirklich übertrieben cool, wisst ihr, was ich meine? Aber, ähm, stell dir mal vor, stell dir mal vor, Mann, Gnu hat einen Freund, ja, das war jetzt auch nur ein dummes Beispiel, obviously weiß ich, dass Gnu einen Freund hat, so, what the fuck? Ich könnte mich auch mit, ich könnte mich auch mit Julian Bam, könnte ich auch zusammenkommen, ist ja auch total egal Imagine, imagine, das passiert, dann, dann, dann trennt man sich und man sieht mich immer, man sieht sich immer auf Events, so, man streamt vielleicht zusammen und man hat dann so böses Blut und so Ey, im Regelfall denkt man, dass man reif genug ist dafür, aber das ist halt nicht immer der Fall, so, man kann sich auch im Schlechten, auch wenn man sich unbedingt will, natürlich, klar, aber es passiert halt, ne, es passiert halt so Deshalb ist das auch nochmal so eine Komponente, wisst ihr, was ich meine? Auf der anderen Seite muss ich mir halt, ähm, auch immer wieder, muss ich mich halt auch immer wieder fragen, äh, so ist es überhaupt möglich mit einer Person Es ist auch möglich mit einer Person überhaupt zusammenzukommen, die außerhalb von dieser ganzen Bubble existiert Imagine jetzt, imagine, ich, äh, ich lehne, ich lerne jetzt eine kennen, die ist ganz, ganz normal, arbeitet sie irgendwo im Einzelhandel oder von mir ist auch eine Doktorantin oder, oder eine Kfz-Mechatronikerin, ist ja auch egal, die hat einen normalen 9-to-5-Job, ja? Und dann, dann bin ich halt abends die ganze Zeit am Arbeiten, bin halt abends erst ganz spät zu Hause, weil ich streame und so weiter und so fort Das kann schon schwierig sein, so, wisst ihr, was ich meine? Das kann sehr schwierig sein, das kann halt auch nochmal so, so, so ein Ding sein, so, glaube ich Also, klar, Dena mit Lisa, ja, aber Dena streamt auch nicht abends und Dena hat auch nicht 30.000 verschiedene Side-Hustles, so, wisst ihr, was ich meine? Ich liebe, was ich mache, so, ich, ich, ich liebe das, ich liebe das, was ich mache Ja, du streamst nur zwei Stunden? Ja, true, auch wieder war, Chat, aber ich glaube, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, so, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, so Es ist, es ist trotzdem immer eine Komponente, die halt irgendwie so reinkicken kann Das ist genau so, ich habe mich mit Nico auch, als wir bei dem Event waren, ein bisschen unterhalten, so Passt das gerade? Kann man das gerade? Wenn man, wenn man so überlegt, eine Partnerin oder sonst was, ja? Die braucht ja, die braucht ja jemanden Trimax, Trimax ist einer der einzigen mit Selina, Selina hat sehr, sehr viel Verständnis, I guess, dafür, was Trimax macht Trimax und Selina, das einzige Paar, wo ich weiß, dass es richtig, richtig krass gut funktioniert Die sind super glücklich und so, die sind aufeinander zugeschnitten, die kennen sich schon sehr, sehr lange Die sind zusammen quasi auch gewachsen Aber wenn ich jetzt plötzlich, was, die GLG streamt seit fünf Jahren circa sieben bis acht Stunden Guck mal, ich will, ich will mich auch gar nicht beschweren, Chat, ich will mich gar nicht beschweren Bei mir ist es aber nicht nur, dass ich halt streame, sondern auch gefühlt neben dem Streaming Mache ich ein Musiklabel, mache ich Immobilien, ich mache, ich mache Investments, ich mache Krypto-Shit Ich mache, ich habe Angestellte hier, wir haben hier Firmen und so weiter und so fort Wisst ihr, was ich meine? Das sind alles Dinge, die brauchen über viel Zeit Versteht ihr, was ich meine? So, das ist halt das Ding, so, Selbstschuld, mate Ist so, ist so, ich beschwere mich ja auch gar nicht Ich sage halt nur, ich sage halt nur, wenn ich jetzt tatsächlich was mit einer, mit einer, mit einer Frau ernsthaft eingehen würde Dann würde es mir wahrscheinlich schwerfallen, dieser Frau letztendlich halt die Aufmerksamkeit zu geben, die sie verdient Checkt ihr, was ich, äh, was ich meine Wenn Geld hat, wichtiger als Liebe ist Na, Geld, no joke Viele Sachen, beispielsweise Musiklabel, noch nicht viel mitverdient Passion, einfach Bock drauf gehabt Wisst ihr, was ich meine? Deshalb bin ich so eher ein Stück weit distanziert, was das angeht Beziehungsweise nicht distanziert, aber Es gibt so Phasen, wo ich mir so denke, boah, jetzt eine feste Freundin wäre übertrieben geil Aber dann wird mir wieder klar, ich glaube, es ist gerade nicht der Move Es glaube ich gerade nicht der Move Es gibt doch erfolgreiche Frauen, die viel zu tun haben Es gibt doch erfolgreiche Frauen, habe ich ja nicht gesagt, um Gottes Willen Ich bin mir sehr sicher, dass es auch andersrum das Problem gibt, ganz klar Rief ist doch perfekt, sie hat auch zu tun Oh man, shit Ich bin ja zufrieden, so, ich bin ja zufrieden, wisst ihr, was ich meine? Ich bin ja wirklich zufrieden Ey, irgendwann, irgendwann safe so Ich glaube, ich muss mich darauf einlassen Momentan ist alles fein Wenn ich, wenn ich was Lockeres haben möchte mit irgendwem, dann ist es cool Dann kann ich das, kann ich das gerne machen und haben und so Und dann, dann ist das, dann ist das fein so Aber ich glaube, für mehr ist es gerade einfach nicht so der Vibe, wisst ihr was? Er outet sich einfach Na, es ist kein Outing, ich so, Chat Alles ist fein so, alles ist fein Ich bin, was ist der Kernsatz davon? Der Kernsatz ist, dass ich glaube ich gerade sage Eine feste Beziehung passt gerade bei mir nicht rein Vielleicht habe ich aber auch einfach noch nicht die richtige Person dafür getroffen Ich glaube, das ist so die Quintessenz, wisst ihr, was ich meine? Wie war der Kurs mit Reef? Das war ein unglaublicher Traum Darf man fragen, Cringe-Sets nur Tarnung oder rein für den Inhalt oder Business? Nächste Frage Fernbeziehung mit Reef, one day, one deep Ja, 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 safe, safe, safe Wie gesagt, ich streame auf jeden Fall mal mit Reef Ich bin in ein paar Wochen wieder in Madeira Sehr, sehr, sehr Bock drauf Und man trifft sich gerade eh weniger, weil gerade Corona-Zeit ist und so weiter und so fort Deshalb ist es alles fein Schauen wir mal, was die Zukunft bringt Alright, Chat So viel von diesem Emotional Deep Talk meines Sites So viel von diesem Emotional Deep Talk